Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ja, komm mal, oben hier. Ja, ja, wir haben den Vogel. Wie blind bist du eigentlich? Ganz blind. Na ja, wenn ich jemanden die Hand schüttel, dann fasse ich ihm ins Gesicht. So. Das heißt, du kannst mich nicht sehen? Nur hören und fühlen. Wann sie mal, ich glaub Ihnen gar nichts, was Sie hier sagen. Ja, ich glaub Ihnen langsam auch gar nichts mehr, was Sie sagen. Haben Sie eben versucht, den Zettel hier aufzuessen? Na ja, ich hab ihm erzählt, dass ich blind bin und ich bin gar nicht blind. Danke. Bisschen! Nein! Aber Jona sieht sie nicht. Nein, das meine ich. Sie ist blind. Sie kann mich nicht sehen. Ich hab das auch nicht gleich verstanden, aber dass sie blind ist, hat zur Folge, dass sie mich nicht sehen kann. Ja. Aber ein percent vieles Jahr. Wenn, wer ist die Statistik, oder? Ja. Ich habe das.